Es ist soweit! Baue zum Spaß, baue fürs Abenteuer und baue, um die Welt zu retten! In Dragon Quest Builders! Dragon Quest Builders ist ein episches Sandbox-Rollenspiel, in dem es zahllose Dinge zu sehen, zu tun und natürlich zu bauen gibt. Vor Generationen wurde das Reich Alefgard von dem verräterischen Drachenfürsten, dem Herrscher aller Monster, in die Dunkelheit gestürzt. Den Menschen wurde die Kraft zu bauen genommen und nun wandern sie durch die Ruinen ihrer früheren Heimat und leben von dem, was sie im Staub finden. Jetzt liegt es an dir, dem von der Göttin erwählten, legendären Erbauer, den Menschen die Macht der Kreation zurückzubringen und Alefgard wieder aufzubauen. Erst wenn das Wunder der Vorstellungskraft zurückgekehrt ist, kann der böse Drachenfürst ein für allemal gestürzt werden. Das weitläufige Reich ist in zahlreiche Inseln unterteilt, jede mit ganz eigenem Terrain, von trostlosen Ebenen bis zur arktischen Tundra und vulkanischen Felsspitzen. In unterschiedlichen Gebieten finden sich verschiedene einheimische Monster und andere Materialien zum Sammeln. Baue ein Dorf und Menschen werden sich versammeln. Einige suchen nach verschwundenen Freunden, andere einen neuen Weg in dieser zerstörten Welt zu leben. Obwohl du kein Held bist, sehen die Menschen dich als ihre einzige Hoffnung und bitten dich um deine Hilfe. Es liegt an dir, ob du ihnen hilfst oder nicht, aber Aufträge reichen von einfachem Sammeln, über die Herstellung von Gegenständen, bis zu dem Bau von Strukturen und dem Bekämpfen von Monstern und können zu Belohnungen, neuen Materialien und Anleitungen führen, die dich zu einem noch besseren Erbauer machen. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, werden einfache Gebäude zu Einrichtungen aufgewertet, wie zum Beispiel eine Küche, die ein Feuer- und Lagerraum benötigt. Jede Einrichtung wird auch von den Einwohnern genutzt. Vielleicht kochen sie sogar für dich mit, damit du Proviant für deine Abenteuer hast. Durch das Bauen, Verbessern und Dekorieren deiner Kreationen steigt die Siedlungsstufe, die für den Fortschritt in der Hauptgeschichte wichtig ist. Obwohl Aleph Gard in Ruinen liegt, wirst du nach dem Beginn des Siedlungsbaus viele freudige Momente in diesem Reich verbringen. Stelle Artefakte her oder finde sie, um extravagante Häuser zu bauen oder Feldfrüchte und Blumen anzupflanzen. Nutze deine Ernte zum Kochen. Wenn du Fleisch benötigst, gehe jagen oder fischen. Wie wär's mit einer Minenbesichtigung in einem Minenwagen. Ruh dich nach einem aufregenden Tag im Bad aus und schlaf dich aus, damit du topfit bist. Fast vergessen, im Reich wimmelt es von Monstern. Groß und klein, sanft und wild. Normalerweise gehen sie ihren eigenen Angelegenheiten nach. Es sei denn, du kommst ihnen zu nahe. Bevor du dich diesen Monstern stellst, solltest du sicher gehen, dass du gut ausgerüstet bist. Wenn du es schaffst, sie zu besiegen, erhältst du vielleicht Materialien. Die Monster arbeiten allerdings auch in Gruppen. Wenn sie erst einmal wissen, wo deine Siedlung liegt, greifen sie auf den Befehl des Drachenfürsten hin an. Sorge dafür, dass du genug Verteidigungsmittel für dein Dorf hast. Sonst wird es zerstört. Hebe deinen Hammer, legendärer Erbauer. Es ist an dir, wieder Licht nach Alefgar zu bringen, indem du diese Ruinen wieder aufbaust und den Drachenfürsten bezwingst. Dragon Quest Builders erscheint am 14. Oktober. Bestelle jetzt vor und erhalte exklusive Baumaterialien. Anleitung für Frühlingspulver, Anleitung für schleimige Blöcke, Anleitung für goldfarbene Blöcke.